sonstiges ja es wird schon ziemlich spät ich weiß deswegen gehe ich jetzt auch schlafen ich habe alles fertig bekommen was ich fertig machen wollte ja ich würde gerne zu bett gehen lief ein goldenes tisches produkt bisschen geld weißt du was ich mir jetzt einverleiben könnte ein veganen taco ja ich habe immer noch nicht das rezept dafür gefunden es tut mir leid sonst würde ich dir welche machen aber schon mal verbesserungen genau ich könnte die angel einmal verbessern so ein 5000 silber angel kann ich in der strandhütte machen ja wieder braun wären immer zu weit hoch nicht verlassen da kann ich wenigstens wieder ein bisschen was verkaufen ich habe eigentlich von allem was da das heißt ich kann jetzt endlich immer alles verkaufen auch hier noch mal meine samen so da sind noch brombeeren da auch da auch ich muss auch mal geld sparen für die groß erweiterung da kann auch noch mal am gipfel werden nice ok so dann kann ich verkaufen verkaufen wir die hier kauf ich die hier ja ja und die gold verarbeite ich mal ach so halt ich habe da auch noch was zu verkaufen so die pack ich da mal rein gilt eh nicht so lange die kann ich jetzt mittlerweile auch rausnehmen ja wohl sehr gut dann hatte ich lass mir die die silbernen auch da dann mache ich nach gold mache ich dann silber dann habe ich eigentlich noch 20 holz in das ist die verbesserung ich idiot gut dann gehen wir doch mal runter zu ach quatsch ne ich muss auch quatsch ich muss ja auch mal hier nochmal rein ich habe den einen baum gestern nicht gegossen shame on me so kakaobohnen hier muss ich natürlich auch rein damit ich die auch noch raus lassen kann das geht ja nicht später so wenn habe ich denn das alles noch nicht dich so muss dann auch mal die sachen aus der kiste nehmen kann ich auch wieder verkaufen stimmt wie viel habe ich jetzt eigentlich gemacht nicht viel ich kriege es echt nur hier ist eigentlich nur 250 für aktuell ich bin da noch ewig beschäftigt auch ewig bis ich auf stufe 10 bin ich weiß auch ehrlich gesagt nicht wie ich mehr ach doch ich kann bestimmt mehr freischalten wenn ich diese tierzucht dinger fertig habe da brauche ich jetzt so eine komische lamar wolle oder nicht das kann alles da rein das kann alles da raus und verkauft werden das 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 nicht damit dass das und das und das ist das auch dienster kann sein dass du dich dazu hat oder also nicht der strand unten sondern der schmied oben wenn da habe ich auch noch ein bisschen was zum labor müsste ich auch gehen und dann halt hoch zum schmied weder hat jetzt auch zu gut 9 so joden zack muss ich irgendwas davon die der kristall kann ich noch anbieten das ist gut komme ich da wenigstens voran langsam aber ich komme voran dann will ich auch mal kurz gucken nachdem ich die bearbeitet habe produktqualität aufwerten seetang essensen und zwar richtig viele okay ich brauche es arsch viele essenz so gehen wir erst mal rüber ja da habe ich jetzt alle nice dann ab zum museum ich weiß wirklich was ich da noch spenden ob ich da was spenden kann gegenstand spenden nö habe ich schon alles sehr schön dann wieder zurück zum hof und da sachen verbreiten hat holz muss ich noch holen genau sicherheitshalber hebe ich die auf zack 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 okay dann gucke ich noch das nehme ich natürlich mit dann gucke ich noch ob ich da drüben wieder was fällen kann jetzt diesen hier und diesen hier und diesen hier und diesen hier komme ich an noch was ran das war der falsche aber in den hier komme ich ran ach schon da unten sind ja auch noch früchte die ich holen und verkaufen kann die wachsen auch schön dann gehe ich jetzt noch rüber und hole mir mit holz wie viel habe ich denn bei diesem sammeln ding da nahrungssuche hier ich sammle holz und andere gegenstände das allgemein bisschen mehr von meine fähigkeiten tun hin und wieder schalte ich damit auch sachen frei hoppala 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 sage mal ok nehmen wir mal stark an das gehört auch dazu zu sammeln eigentlich wollte ich nur hart holz so bisschen was fürs fangen machen ok wo ist mein kleiner hart holz stamm das sind ja wieder zwei seit wann gibt es das denn ich dachte es gibt immer nur einen aber eigentlich so viele sind es nicht mehr vielleicht ich ja sogar das nächste level wenn wir uns heute wirklich nur auf sammeln und holz fällen beschränken ich glaube ich habe die bei mir damals hingepflanzt weil ich angst hatte dass ich alle in der stadt weg mache was er nun wirklich nicht eingetreten ist kann man auch drüber gehen ach dann bin ich da ok ich habe das aber ignoriert kinsing baum ich frage mich echt was noch kommt wenn es das gibt so das sammeln wir dann macht wir hier noch ein paar bäumchen weg frage mich auch wenn ich den von der hübsche wahrscheinlich wenn ich wieder den schreien fertig gemacht habe noch so viele fragen so wenig antworten ich finde mit der energie kopf und jetzt echt gut hin ich kann wir machen jetzt wirklich schon viel und werden eigentlich nicht mehr müde und jetzt sind wir natürlich doch mit so ein bäumchen nach dem anderen mal kompost ich glaube ich stelle auch viel zu wenig dünger her da ist auch noch ein baum da ist auch noch ein baum ich finde es schön wie ich hier durch die natur gehe und sie einfach zerstöre das schlimme ist nicht mal weil ich es brauche oder so dann einfach nur um xp zu farmen ich bin ein guter landwirt buch ja komm ich nehme dich mit ich glaube insekten dann habe ich auch einiges so jetzt gehen wir einiges schon gehen wir hier mal durch dann habe ich nicht ach so mein inventar ist voll ich brauche hier zu den verbesserungen dann reich immer nur drei ne genau und dann nehmen wir jeweils fünfmal hartholz das hartholz ach guck mal ach so das ist immer noch das ach so moment mal so nee ach das waren 20 ich habe mein holz gerade da reingeballert ich idiot weil ich habe auch holz gesammelt also alles gut so ich habe absolut keinen überblick mehr verkaufen 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 zusammen sonstiges verkaufen und nochmal verkaufen so perfekt kann ich hier nochmal und dann das hier hoch ich muss einen von den säften nehmen und da wieder herstellen ich weiß ich weiß es ist ein Untertitelung des ZDF, 2020